So, heute die Funke Frösche Day. Vielleicht drehen wir das Ganze auch gleich mal um. Hat eine Gesamt-NEM von 14 Gramm. Packen wir das auch gleich mal aus. So sehen die noch mal einzeln aus. Sieht sehr schön aus, aber soll ja angeblich so schwer sein zum Hüpfen, aber das testen wir gleich mal aus. Schauen wir mal. Ja, naja. Machen wir vielleicht noch mal einen zweiten. Da haben sie aber auch ihre Wickelkunst laufen lassen. Unten breit, oben schmal. Sieht irgendwie aus wie ein Tannenbaum. Ja, oder? Ein bisschen. Ja. Gute Funke Qualität. Die von Funke nicht anders zu erwarten in dieser Richtung. Das haben die aber schon öfters gemacht bei den Däberlern. Dann war das schon ganz komisch irgendwie. Na willst du wohl? Geht doch. Wollen wir nicht gleich so. Echt? Was ist denn das? Also den letzten brauchen wir da jetzt denke ich auch nicht mehr machen. Also Funke, keine Frische auf jeden Fall. Die Frische sind auf jeden Fall da nicht sehr zu empfehlen.